Hey, weiter geht's. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen zu laut, manchmal. Wahrscheinlich, ja. Okay. Gut, ähm... Hier hinten noch irgendwas? Nein, okay. Ich habe jetzt wieder eine Armee. Ähm, wir gehen ja mal hier hoch. Okay. Hier drüben ist nichts, ne? Gut. Alles gut. Äh... Oh. Wow. Alles gut bei euch? Bitte nicht sterben, ja? Die Türen sind echt schön. Melode! Ähm... Hier ist ein Medikid. Ähm, okay. Hallo? Helfen die sich jetzt gerade gehen? Oder wollen die mir helfen? Ha. Ja. Hast du Munition oder so? Nein? Okay. So. Wow. Das habe ich nicht gesehen. Sorry. Ah, okay. Ah, ja. Moment. Oh nein, fuck. Okay. Ich komme von hinten hin. Nicht lustig. Okay. Wow. Gut. Ähm... Wo sehe ich denn hin? Hier runter? Sieht so aus. Was? Gut. Oh. Ha. Ja. Was habe ich da gerade aktiviert? Ah. Gut. Hallo? Das ist ja gemein. So, wieder aufladen. Wow. Gut. Ah, ja. So. Wäre das auch geklärt. Hm. Ist alles gut. Ja. Wo war nochmal die Kiste? Nein! Nicht sterben. Oh nein. Oh. Ich habe keine Heiler mehr. Okay, Friends. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, wir kriegen das hin. Wow. Nein! Nein! �� tsch Jetzt nicht sterben, ja? Gut. Nicht dein Armen. Verdammt. Ha. Gut. Alles gut. Es ist alles gut. Oh nein, ich bin alleine mit einer anderen Person. Oh fuck, das hab ich gar nicht gesehen. So. Da unten noch irgendwas? Nein. Ah, Person und ich sind alleine. Ich höre Zombies. Gut. Erstmal hier reingucken. Oh, Ladedaten, dann geh ich nochmal zurück. So, nochmal Ladedaten. Ich will wissen, ob da noch irgendwas ist. Oh, sorry. Ja, da ist noch was. Okay. Jetzt können wir runter. Jetzt können wir auch da lang und die Ladedaten genießen. So wie es sich gehört. Gut. Hey. Yeah. Hey. Ja. Wow. Ihr bekommt das hin, oder? Ich denke ja. Derzeit laufe ich weiter. Da. Hm. Da drüben. Okay. Ah. Gut so. Ah. Gut so. Ähm. Ähm. Okay. Wow. Ja, aber wie. Ja, hi. Ich hab doch recht, oder? Einen Moment. Ich lege ein paar Ladungen und du sprich das hier auf. Ein paar Ladungen? Es tut übrigens echt leid, dass wir noch zu zweit sind und ich alle einfach sterben lassen hab. Äh. Okay. Kannst du dich bitte beeilen, alter? So. Ihr macht das, oder? So. Oh. Oh. Deswegen, dass es aufkommt. Wo ist der Typ? Da. Yeah. Äh. Umgehen. Ah, ja. So. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Ähm. Shit. Oh, fuck. Äh. Ähm. Ja. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Okay. Ah, ich bin ganz alleine, merk ich gerade. Es ist alles gut, ja. Sauer. So. Okay. Ähm, gut. Ich weiß nicht was geht, ich hoffe ja. Das Geräusch war komisch. Hm. Okay. Okay. Schroklinte. Hey. Du bist also heil durchgekommen. Ja. Man, die sind so nett zu mir, hallo. Mit ganz rot. Der Goden. Mit rot. So. Hey. Wow. Oh fuck. Das hat weh. Ja. Ja. Okay. Oh Gott. Oh. Hier nimm das Medikit. Danke. Oh Gott. Gut. Ähm. Okay. Ich weiß gar nicht, bekomme ich eigentlich noch irgendwelche coolen Waffen? Oder sind das alle, die es gibt? Oh Gott. Hm. Okay. Da muss ich wohl da lang. Danke. Ähm. Wir müssen hier runterjumpen, ja? Gut so. Oh nein. Nein. Ist okay. Ich geb ihr ein Getränk, das hilft bestimmt. Hier. Im Weg, man. Gut, das hat nicht geholfen, glaube ich. Gut. Dann lassen wir die da. Oh Gott. Ah. Ja. Ihr müsst uns bitte einlassen. Oh mein Gott. Bitte. Ach hier. Danke fürs Aufmachen. Wow. Nein, bitte nicht. Ah. Okay. Okay. Ähm. Was geschieht? So. Danke. Mal noch eben kurz gucken, ob hier noch irgendwo was liegt, ja? Na, Revolver-Muni. Hi. Alles gut. Kommst du mit mir? Ich muss hier bleiben, falls noch jemand anderes rüber möchte. Achso. Okay. Oh Mann. Ich fühl mich irgendwie so einsam gerade. Hallo? Ich hätte gerne was zum heilen. Shit. Ah. Gut. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Toll. Okay. Gott, oh Gott. So. Äh. Ich hasse die. Die sind so mini und klein und. Okay. Oh shit. Ähm. Wow. Das war jetzt einfach im Kreis gelaufen. Wow. Das war jetzt einfach im Kreis gelaufen. Oh fuck. Ah. Hey. Hey. Ja. Gute. Wow. Oh Gott. Das war. Ähm. Ja. das war genau so geplant ok macht das wohl und da ein schuss noch so gut ja wir sind noch zu zweit die frage ist was ist aus den anderen geworden liegen bestimmt irgendwo hier rum ähh nein hm sorry ich verstehe nicht ganz glaube ich achso hier ist eine treppe so stopp gut hm gut dass ihr das gesehen habt ich habe es nicht gesehen oh gott ich bin erschrocken ey gut wahrscheinlich hier runter ne schrubflinter fuck war nicht richtig moment ich komme gleich wieder hoch moment 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 hi shit ist untergefallen ähm also dann wahrscheinlich irgendwo ne ah ah ähh weiter gehen bitte ah ja ich sehe es sooo ha oh da ist das Symbol da ist das Symbol für Sekret ha ha wow gut gut ladedaten was ist hier denn eine granate was sagt denn die zeit zeit sagt ich mache noch ein ganz bisschen weiter oh oh fuck ähh gut ja hey hey sind da noch mehr Leute nein okay okay fuck okay so so huh huh ähm wow genau genau ähm gravidron okay ähm ähm gravidron okay so was genau möchtest du jetzt von mir ja gut hm okay oh shit ähm hi wo landet ihr okay die landen hier komm komm was gut hm hm alles gut hier bei dir hm gut ich bleib erstmal hier drin naja wo denn shit okay shit okay shit so ja was hat denn die zeit jetzt die zeit sagt ich mir beim nächsten mal weiter bis dann tschüss not